Reagiert nichts mehr. Ey, hab ich jetzt den Server abgestürzt? Ey, verdammt! Keiner hat mir gesagt, dass ich kein Radio bauen darf. Moin meine Leute und herzlich willkommen zur nächsten Episode von Skytech. Ich bin schon wieder auf dem Rückweg. Und Waloui ist noch im Berg. Man nutzt auch diesen komischen Stab und nicht mal mehr mit dem Jetpack. Der Stab geht sowieso schneller. Ja, und man hat die Gewissheit, dass man sich noch retten kann, falls der Stab versagt. Was ist Lido? Ist das Blei? Das brauchst du, glaube ich, nicht. Das sagst du jetzt. Ja, Lido brauchte ich zum Beispiel nicht. Für was? Ein Megaprojekt. Ach so. Allgemein. Was sagt denn hier mein... Schön, schön, schön. Ich will mir, ganz ehrlich, muss ich sagen, noch ein Solarpanel craften. Ich würde mir so gerne auch noch tolle Sankraften. Wenn ich Kohle hätte! Tim, da kann ich jetzt schon mal hier ein bisschen reinpowern. Ist denn Kohle wieder in den Generator? Mein Drill ist einfach jetzt gleich leer. Er ist noch bei 11. Solarpanel, dein Zweite. Brauchen wir wieder Electronic Circuit? Von diesen Electronic Circuit's kann man sich echt mal 100 Stück auf Lager legen. Ich glaube, die brauchen wir überall für, oder? Ja, und die sind so nervig, diese kleinen Bieste der Hölle. Und die... Was? Ich hasse sie. Du bist komisch. Ja. Hör ich öfter. Ich hab Angst vor Riol. Ich möchte einen neuen Aufnahmepartner, danke. Jetzt nicht. Ähm. Komm ich jetzt aus diesem scheiß Berg auch mal raus? Nö. Was ist denn Apathito? Oh, Mann. Du brauchst auch nicht, das ist auch scheiße. Du weißt überhaupt nicht, ob das scheiße ist. Du sagst das immer nur. Apathite ist scheiße, gar nicht mehr glauben. Nein. Also mach ich mal zwei Iron Plates. Ich will doch nur... Ich kann das Eisen aber nicht alles liegen. Das ist alles total wertvoll hier. Take me home. Country road. Schuze Platze. I belong. West Veriolo. Oh, da ist Oberfläche. Juh, ich bin oben. So, ähm, wo muss ich denn nach Hause? Wo ist es zu Hause? Home, Süd, Home. Hause telefonieren. Ohne Scheiß, ich weiß echt nicht, wo unser Zuhause ist. Doch da ist die Startinsel. Ich darf eigentlich nicht in Waypoint hinsetzen, doch da. Hause. Schreibe ich da. Hause. Hause. So, jetzt weißt du, wo Hause ist. Ach. Na dann, ab nach Haus. Mit dem schönen Bzzz, 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 Bzzz. Wir haben schon voll das gute Zeug einfach. So, zwei Electronic Circuits gecrafted, Alter. Jetzt schon, kannst du mir einen mitbauen? Nö. Du brauchst auch zwei dafür. Was bist du eigentlich für ein Aufnahmepartner, weißt du? Ja, was bin ich eigentlich? Nicht mal als Sklave machst du das, ey. Unmöglich. Richtig böse von mir, dass ich dir so Schuhe und so machen. Voll der Arsch. Dislike. Könnt ihr ja voll in die Kommentare schreiben, ob ihr das gut findet, was Rioli die ganze Zeit mir mehr abzieht. Das ist voll lieb von dir. Ich hab dir sogar so Schuhe gemacht. Ja. Ja, deswegen sag ich ja. Die Leute sollen das mal beurteilen, ob das wirklich lieb ist. Oder ob das ein Kalkül ist. Als ob die Leute wissen, was ein Kalkül ist. Das hört sich an wie ein Molekül. Das ist ein Kühlschrank. Kalkül? Ja. Laber nicht. Du glaubst, ist mir aber schuld. Ich weiß es nicht. Du weißt nicht, was Kalkül heißt. Oh, jetzt brauche ich eins, zwei, drei, vier, fünf, ja, fünf, danke schön, bitch, der auch. Fünf. Dann noch so einen blöden Ofen hier wieder machen. Ich finde, hier sollte die Mod drauf, dass das, wenn man mit einer Fackel rumrennt, das leuchtet. Da war einfach so nice ein Schein, ja. So geil. Ich geh jetzt erstmal zu Rioli und lad meine Sachen bei ihm auf. Das machst du nicht. Das tut mir immer aus, Tick, ey. Voll die Memme. Das war doch Spaß. Kannst du auch machen. Ja, haha. Ich hab doch genug. Hab ich nicht nötig, weißt du. Wenn du mich nicht willst, dann willst du mich nicht. Das ist schon verstanden. Ja, okay. Unsere Taktik. Zauberstab und Jetpack. Das ist amazing. Oh nein, ich glaube, ich fliege vollkommen fast. Wo ist denn schon wieder die Batterie hin? Hab ich überhaupt schon eine Batterie gekonntet? Sag mal, wie weit sind wir denn von zu Hause gelaufen, ne? Einiges. Ich merke das schon. Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass das so viel war. Home sweet home. Hallo. Bin wieder da. Hallo, hallo. Jetzt bestimmt einfach eine ganz andere Stadt. Ganz andere Menschen hier. Ja, bestimmt. So, was kann ich jetzt mal meinen ganzen Scheiß aufladen? Jetzt fangen wir mal an mit dem Jetpack hier. Okay. Einen Generator hätten wir. Erze, Erze tun wir in diese Piste. Erze, 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 Erze. Oh Gott, jetzt muss ich wieder... Ja. ...Sand holen. Du bist jetzt schon so weit, dass du schon wieder... Ach, ich hasse dich einfach. Ich bin halt... Ich arbeite schnell, Baloui. Ja, ich merke das. Zu schnell für mich. Für Balouis Kopf ist das zu schnell. So wie die ganzen Scheiße nämlich wiederbauen, wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe. Geht doch schnell. Ja, ja, geht schnell. Geht schnell. Und wenn du dann LV Low Voltage haben willst, musst du ja nur 8... Nur 8 davon, ja. Nur 8 haben. Und wenn du dann Medium haben willst, musst du nur 8 Low Voltage. Mhm. Das heißt 64 normale Solar Panels. Und wenn du ein High haben willst, brauchst du nur 8 Medium. Ja, die Schnauze. Ich hab's verstanden. Ja. Coppercable. Ach, weißt du, was mir fehlt? Gummimmi. Kannst du da bei mir zapfen? Ja. Genau. Ich komm gleich bei dir vorbei und zapf dir ein. Nein. Please, no. Please. That's what he said. He? She. Ohne Witz, ich mach gleich einfach Holzkohle. So, also ich bin fertig. Ja, toll. Pack dir ein Eis. Oder zwei. Batterie. Okay, das weiß ich alles einfach. Tindas und... Solarpanel! Ja, sieht jetzt aber unsymmetrisch aus. Ich brauch noch eins. Alter, wie lange man einfach an diesen blöden Solarpanels sitzt. Wer hat die so überhaupt erfunden? Welcher Idiot. Herr Solarpanel. Hast du was gegen ihn, dann sprich dich aus. Ja, hab ich. Herr Solarpanel, sollen wir mal unter die Augen treten. Gibt's direkt Schläge. Ippi, schnapp, Bulli. So. Ah, ich brauch noch mehr. Neuen Hammer, weil der Hammer wieder Schrott ist. Oh, ey. Du verbrauchst die sogar schneller als ich. What? Und ich hab immer noch deinen Cloud. Ja. Bist du stolz drauf, oder was, hä? Hm, ein bisschen. Ja. Diese scheiß Batterien. Zack, Batterie gebaut. Jetzt müssen wir die Circuits bauen. Oh Gott, ich hab kein Gummi mehr. Ah. Dann zapf ich mal schnell. Nein, ich brauch das. Mach deine eigene Zapfanlage. Zapfanlage, ah ja. Da hab ich gerade wirklich die Kohle rausgenommen. Kupfer, ich brauch Kupfer. Ich muss Kupfer pulverisieren. Yo. Komm, schnell hier in den Ofen rein. Sticky Risin. Mach, mach, mach. Ich frag mich gerade, der Ding hat doch gar keinen Strom mehr hier. So, was brauch ich denn nachher? Diese, diese zwei Dinger hier. Was brauch ich? Zwölf davon, Redstone. So ne Platte. Die Platte könnten wir schon mal machen. Ähm, zack. So. Ist das ätzend. Ähm. Ja, ne? Vor allem irgendwann hat man einfach nicht mehr den Überblick. Was fehlt noch? Was fehlt noch? Ja, ja, eben, genau. So, ich brauch jetzt noch Gummi. Ich geh schon mal Gummi ernten, weil das da undauerlich ist. Kriegst du mir Gummi mit? Nein. Ich hab dir auch Gummi gegeben. Gib Gummi, Walui. Ja, gib mir dein Gummi. Nein. Walui, nein. Oh, hier sind ja Gummibäume direkt vor unserer Haustür. Wie schade. Schön, mein ich. Irgendwie haben die nicht nachgewachsen, ey. Da ist noch was auf dem Boden. Mist. Ich hab da doch gerade erst gepumpt. Wo war denn nochmal, äh, das natürliche Vorkommen? Da im Sommergebiet, ne? Ja, 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 ja. Irgendwo da. Ah, im Übrigen gibt's auf unserer Stadtinsel ganz viel Kohle. Wollte ich nochmal gesagt haben. Jo, weiß ich. Warum such ich das dann stundenlang? Brauche ich noch so ein Eisendings, ne? Hallo, Walui. Was? Die Gummi wollen reden mit mir. Oh nein. So. Hätten wir die Dinger schon mal. Oh nö, jetzt muss ich ja schon wieder diesen blöden Generator basteln, Alter. Für was denn jetzt schon wieder? Ich mach mir doch noch ein Solarpanel. Halt die Schnauze. Das wollte ich gar nicht hören, sowas. Du hast doch nachgefragt. Ja, aber nicht, dass du mir wieder erzählst, wie toll deine Stromproduktion funktioniert. Ich sorge nur nachhaltig vor, Walui. Was gibt es denn noch für Alternativen? Windmühle. Das ist aber noch das richtig behindert. Warum? Nicht gut. Bei dir ist gar nichts gut, außer... Halt deinen Maul jetzt! Die ganze Zeit sagt er, nein, nein, wir bauen keinen Solarpanel. Das ist scheiße. Das bringt nichts. Das ist scheiße. Das hab ich nicht gesagt. Doch. Das hat er 50 Folgen lang gesagt, oder? Könnt ihr ja nachholen. Ja, wir sind auch schon bei Folge 50. 60 sind wir schon. Oh, hab ich gar nicht mitbekommen. Macht so viel Spaß, das Projekt. Das ist wirklich gut. Aber nur, weil du dich ausnahmsweise mal auskennst. Ah, jetzt brauch ich wieder drei Ironplates. Vor allem dieses dicke Resin ist einfach mal nur so wenig im Baum. Das ist so, wie ich kann sagen, sagt meine Kollegin gerade hier. Deine Kollegin, ja. Ach, ich hab wieder... Leck mir das Zück, Geli. Runter! Bist du schon wieder hier? Ja, ich wollte mir noch ein bisschen Gummischnorren. Bitte unbenutzt. Kein Ding. Jetzt will ich mir schon wieder so einen Ofen hier machen. Boah. Dann jetzt aber. Zack, zack. Und die Batterie... Die Batterie... Du musst doch den Generator dann machen. Ja, ja, ja. Den Generator. Ja, 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 ja. Ist ja gut, ist ja gut. Ist ja gut. So, und jetzt muss ich schon wieder Glas... Ach, Glas hab ich sogar. Da muss ich jetzt ein bisschen hier den Makarator... Komm, wir feuern den jetzt alle an. Schreib alle in die Kommentare. Das ist ein paar Mal. Das ist ein paar Mal. Macarator! All right. Darf man nicht vergessen. Junge, was drück ich denn hier gerade, Mann? Du dein, du dein. So viel Technik auf einen Haufen. Kabel, Ironplates, hab ich da bestimmt noch genug. Naja, hab ich natürlich nicht mehr. So wie ein paar Plates machen. Her name is Carolyn. Ich sag jetzt immer das, was meine Turret sagt, das sag ich dir jetzt auch, okay? Ja, bestimmt. Das, das würde mich auch gar nicht nerven oder so. Hm, wirst du schon merken. Ja. Du willst echt sterben, oder? Hm, ein bisschen. Mhm. Irgendwann kommen für jeden die Zeit, Balloui. Mhm. Deine könnte schneller kommen, als die lieb ist. Damit muss ich leben. Denn ich habe jetzt mein drittes Solar Pendel. Woo! Und damit läuft... Oh, das läuft aber jetzt echt voll schnell. Ja, was will man dann mit Medium? Warum sollte man dann überhaupt ein Medium-Ding bauen? Wenn es jetzt schon schnell läuft. Du kannst ja hinterher noch mehr Maschinen so haben. Ah ja. Also, das läuft jetzt schon ordentlich. Oh, die Halter. Genau, da haben wir die Batterie drauf. Zack. Die machen jetzt drei EU pro Tick. Ja, klingt doch schon mal ganz gut. He was cast into the bow of the symphony air and picked by birds. Viol. Das hat die gerade gesagt. Ja, I don't care. Das war so laut, das war nicht ich. I... Was? Das war ich nicht. Nein. Bist du dumm? Das, Pallui, du musst mir glauben. War das nicht? Hm, wie wohl war das nicht? Ich glaube, ich glaube, ja. Die Schnarche. Wir sollten uns bald mal eine größere Speichereinheit holen. Wir sollten, ja, wir sollten vielleicht einfach... Ich sollte meine Elektronik vielleicht nach oben hin verbrachten und nicht hier unten in den Keller bauen. Ich werde es einfach auf dem Dach machen. Das ist sowieso sinnvoller, glaube ich, oder? Hätte es so machen können. Ja, hätte ich vorher gewusst, dass ich Solarenergie brauche. Ne? Das hast du dir ja ausgesucht. Ich hau dir gleich... Warte mal, warte mal. Hey, Macarato. So, jetzt habe ich gleich mein zweites Solarpanel. Gehe schon mal... Schon mal ein bisschen weiter. Klappt das mit? Jeder? Get mad. Tada, zwei Solarpanels. Tada, 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 tada. Ich habe drei, ich habe Schnauze. Ich muss mir immer noch überlegen, wo ich die hinstelle, wenn jetzt hier alles so... Ach, Mann. Könnt ihr vielleicht mal in die Kommentare schreiben, wo ich denn am besten meine Solarpanels hinstellen soll? Das würde mich echt mal interessieren. Oder ob ich mir der ganzen Industrie einfach nach oben ziehen soll. Könnt ihr ja alles mal in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr freuen. Ich bin für jede Kritik offen. Oh, oh, ich will, ähm, ein Radio bauen, Baloui. Nehmt doch. Ja, mach mal. Warte, warte, da brauche ich nur Eisenzäune für. Habe ich Eisenzäune? Kann ich mir die Kraften? Ja, bestimmt. Viel Spaß mit. Dankeschön. Vergebe ich dir das Gift der Wissen, Herr Mann. Er wurde in die Böse in den Räumen und durch die Böse gekauft. Das hat jetzt wirklich sie gesagt. Du musst es mir glauben, Baloui. Okay, du bist noch da. Oh, was macht eigentlich meine kleine Turtle? Jo, läuft. Wie tief ist die gekommen? Nicht so tief. Was? Also, die hat noch kleines Löch lang gegraben. Also, das ist eine schöne Übung gewesen. Die muss ich auch erst mal einüben. Ja, natürlich muss ich sie einüben. Ich übe dich gleich ein. Ich will jetzt auch eine bauen. Genau, das wollte ich machen. Ich wollte eine Turtle bauen. Ähm, äh, Turtle. Kannst du nicht, du bist zu unfähig dafür. Turtle. Arsch. Äh, die heißt nur ganz normal Turtle, ne? Turtle, mhm. Turtle. Dafür brauch ich einen Computer. Dafür brauch ich eine Kiste und Computer und Eisen. Okay, einen Computer brauch ich. Wie billig ist das denn? Glas, Pen, Redstone? Lol. Wie wenig braucht man an der Bildschirm für einen Computer? Das hast du schon mal gesagt. Ich hab nicht genug Glas. Ich hab keinen Sand. Ich hab keine Schippe. Ich muss meine Schaufel. Oh, ich hab ein Radio. Was mach ich damit? Radio hören. Das macht noch nicht mal einen Sound. Ähm. Bei mir ist das Spiel gerade abgeschmiert, weil du dein Radio angemacht hast. Laber nicht. Nee, noch nicht. Ich glaub bei mir auch. Das reagiert nichts mehr. Ey, hab ich jetzt den Server abgestürzt? Ey, verdammt. Keiner hat mir gesagt, dass ich kein Radio bauen darf. Beste Aufnahme, Rihul. Okay, jetzt ist es, jetzt, 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 jetzt crashen. Jetzt ist es vorbei. Ich hab den Server gecrasht, oder? Ja. Warte, ich guck mal. Warte, in die Konfi? Okay, das war's. Gut. Ja, Rihul, dann kannst du jetzt mal was machen. Server down? Habe ich den kaputt gemacht? Warte, können wir auch nicht mal drauf? Nein, er ist einfach nicht mehr da. Der ist down. Der ist down. Der ist down. Ja, ihr Lieben. Ich wollte da unten ein Radio bauen. Rihul ist einfach dumm. Dann beende jetzt die Folge. Ist irgendwie eh schon 18 Minuten. Ist okay. Oh Mann, Leute. Das ist mir eine positive Wert, oder? Dass ich den Server gecrasht habe. Erfolgreich. Bester, Mann. Richtig, richtig gut. Leute, das war's. Server down. Basti schreibt, Radio. Alle schreiben so, was hast du gemacht? Server down. Und dann Loll. Ach, so geil. Leute, das war's. Lasst uns eine positive Bewertung nach, falls euch diese Folge gefallen hat. Und ansonsten schaut auf jeden Fall beim Baloui vorbei. Baloui. Macht's gut. Und hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Haut rein. Bis dann. Tschüssi. 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 Tschüssi.